herzlich willkommen zu einem neuen video heute wieder auf minecraft lange hier unterwegs ja ja es kam ja sehr lange kein minecraft lange mehr das lag daran weil ich nicht so viel lust hatte auf jeden fall heute was wir heute machen ist so eine art tutorial nämlich ich kann mal kurz hier hingehen und das gucken ist noch das ja also hier sind die ganzen kisten die funktionieren also das sind ja hier das alles ja und heute werden wir uns eine küche ja ich habe mir hier hier soll der küchenplatz sind ich finde das nicht so toll hier mit mir ein bisschen so komisch aus ja hier ist das ja dann kommt das hier direkt müssen ein bisschen gucken ich weiß nicht wie ich das ändern soll aber war ja gut ich habe schon einen plan irgendwie dazu bräuchte ich aber na gut wir sehen mal auf jeden fall ist es so eine art tutorial heute ja ich würde einfach mal sagen fangen wir los ja mir ist auch gerade auf dem server also atmen jetzt nicht wundern ja sagt jetzt nur so fast weil ich habe mein skin irgendwie zeit zwei jahren also meine zeit waren drei vier jahren ich weiß jetzt nicht wie lange ich schon mein kopf spiel habe ich irgendwie den skin ja also natürlich habe ich zwischendrin auch mal den weihnachtsgen geändert und so auch sonst habe ich eigentlich immer diesen hier drin ja gut auf jeden fall fangen wir jetzt mal damit an wie gesagt ein kleines tutorial ja es soll ja jetzt nicht so mini klein werden deswegen und ich denke ich habe manchmal auch ein paar fps einbrüche weiß ich jetzt nicht warum aber naja gut alles klar alles klar alles klar so alter jungen wird der server ist voll am legen da kann man dann wenn wenn ich aufnehmen noch einmal noch einmal so was gab wirklich schlecht jetzt bischen ja halt so ein bisschen irgendwie habe ich gerade bestes internet ja ich habe bestes ja ich habe es bestes direkt da bei den aufnahmen hatte ich will können immer kurz genau genau hier bei den anderen habe ich ein guter jetzt nicht wundern warum da jetzt ist dann der 110 ich weiß nicht der also lange er hat es irgendwie nicht geändert ich weiß auch nicht mal ob es den überhaupt aus hallo leckts bei dir stark ja ja jetzt gibt es ja wir machen einfach mal jetzt hier weiter weißt du ich tue mich hier anstrengend also ich mache jetzt wobei laufender kamera kann ich nicht schnell schreiben naja und verbräuchte jetzt wird mir wieder gestört ja außerdem ich habe gestern auch ein mousepad bekommen hatte ich ja mal in dem video gesagt dass ich eine dass ich ein mousepad noch mitbekommen ich kann das immer verlinken wenn ich nicht vergesse aber was ich wieder werde weil ich kenne mich so jetzt tun wir das auf jeden fall jetzt rauspläsen dann die pressure plates kommen hierhin da muss ich dann noch weil das ist ja dann eigentlich könnte man das als tüch benutzen aber eigentlich auch nicht ja eigentlich auch nicht ja wir könnten hier vor das dann auch so ein vierer tüchel machen das würde gut gehen so erst mal machen wir noch das ja einfach mal so bald ja gut ich werde mal sagen wir machen direkt die abzugshaube hoffe dass ich jetzt ziemlich absichtlich noch drauf springe ich habe noch irgendwie ein eisenblock außerdem zurzeit spiele ich weil nicht so dolle großvideos kommen alter ich habe wieder die besten aufnahme aufnahme sich die beste aufnahme durch rausgesucht so dann einfach nur hier drüber so ein bisschen so und dann einfach hier so dran dann hat mir schon mal die abzugshaube ich finde die eigentlich recht super ja gut dann so wir machen mal aus just for fun machen wir jetzt einfach mal noch hier ich hab nämlich ein bisschen wohl weiß ich auch nicht warum ich jetzt so viel habe aber das ist natürlich jetzt positiver und ein bisschen gut ja mal mit dabei ja gut ich weiß nicht ich muss noch welche farbe ich von dem gut hier verwende da konnte muss ich mal kurz gucken hier wird man mal dann sehen ich denke manchmal im tag aber ich bin mit der ehrlich gesagt man da nicht sicherheit so dann als erstes als nächstes erst mal ich habe vergessen gerade zu fahren das ist auch mal wieder richtig neu ist aber wir hatten haben doch noch was da na gut habt ihr gerade gesehen einfach so hier ist einfach so ich kriege einfach zwei sechs jahre einfach mal so ich meine warum nicht kann man ja immer nehmen egal ob man welche brauche oder nicht habe ich jetzt noch ein paar mehr ich habe zwar hier noch unterm haus ein paar ich weiß auch nicht warum ich da überhaupt welche egal ja jetzt fragt sich wirklich hier habe ich nämlich noch welche müsste genau hier genau hier weil junge die lex alter muss extra auf einem aufnahmesession sein gut dann hätten wir jetzt noch ein paar mehr abtia blöcke hätte jetzt einfach mal geholt weil son die kann in jede kiste gucken und das ist nicht so gut so dann machen wir als verschönerung einfach mal hier habe ich das 2000 jahre später so dann machen wir nämlich einfach mal das so ein bisschen hierhin so als verschönerung und dann machen wir hier einfach ein paar ein paar mit weil ich finde das ist einfach dann besser aus wir könnten das sogar noch alt maa ich sogar noch bisschen besser aus so und ich würde sagen wir fangen jetzt einfach mal hin an also hier hier würde ich jetzt einfach mal oder wir machen immer so weil meistens mache ich das bei dem kühlschrank immer so ja ich mache immer so hier so dann tue ich hier so gesagt weil sieht es auch ein bisschen mehr wie so ein kühlschrank aus sonst sieht es ja aus als wäre jetzt hier die tür das allgemein riesige so dann einfach hier noch ein bisschen Quarzblöcke und als nächstes hier es ist jetzt nicht so toll gemacht aber weil man das von draußen sowieso nicht sieht würde ich den hier und den hier entfernen hinsetzen und man kann nämlich hier äh ja das ist wieder ein bisschen warte mal ich muss noch mal kurz hier rüber äh sorry dass ich jetzt hier ein bisschen hin und her springe aber ich denke mal ich darf das nicht äh darf er das so ja auf jeden fall kann ich jetzt mal kurz äh ach alter ich bin heute voll verpeilen ähm so dann ja jetzt kann ich auf jeden fall mal ein bisschen äh darüber erzählen was ich denn hier zurzeit ein bisschen mache ich bin nämlich zurzeit ein Modpackchen hier ach ja toll ansatz habe ich die falsche spielzeit gehört auf jeden fall ich mache zurzeit ich spiel zurzeit ein Modpack nämlich das heißt ähm forever stranded also immer bestrandet und es handelt sich da um ein Raumschiff was natürlich oh Gott regnet es auch einfach nein ich tocke das war so klar ja auf jeden fall spiele ich da halt sowas äh tut man auf eine Wüste spawn beziehungsweise in ein Schiff was so gespielt werden soll also man sieht es natürlich nicht bei Minecraft Filme sind jetzt äh na steht man ja versteht es also einfach nur ihr man spawnt in ein ähm Schiff und äh das was das ist äh also ihr spawnt in ein Schiff und ihr habt eine Kiste im Lager da sind Zapplings drinnen irgendwie Wasserflaschen äh nämlich ist eine Mod mit dabei die zum Beispiel das macht dass ihr ähm wenn ihr zu heiß seid wenn ihr schwitzt oder so dass ihr dann anfangen anfängt ähm einen Effekt zu bekommen und wenn ihr zu bei kälteren geht geht es halt auch und ja das spiel ich eigentlich zurzeit ich bin eigentlich schon richtig weit eigentlich eigentlich ja und ich habe eigentlich da auch ähm an die Mods halt viel an und sind 125 Mods mit am Start auf jeden Fall bei mir äh ich weiß nicht wie das bei anderen ist weil ich bin jetzt ein anderes ein bisschen anderes Modpack aber eigentlich ist es eigentlich gar nicht so anders ja und ja Leute wenn ihr auf jeden Fall darauf bockt hab mal ein bisschen Hardcore zu äh erleben auf meinem Kanal dann schreibt es einfach mal in den Kommentaren oder lasst ein Like da weil ich würde mich darauf richtig vollen mal was Neues lange wird bleiben das wird immer bei den neuen Versionen also immer ausgetestet die ganzen neuen Meinungsversionen so und was ich jetzt hier noch mache ist ich tue jetzt einfach die Hoppe hier dran babben weil eigentlich müssten ihr Haken hin das ist richtig dumm oh Gott ich hab hier wieder am besten Platz ausgewählt Mann sammelt die Kacke doch mal jetzt ein alter Mann jetzt so beleckt das nervt jetzt halt schon die ganze Zeit aber egal ähm da ich verwechsel das Rezept immer Hä? so 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 wie möglich kein ganz kann es noch nicht geben ja endlich so so und dann mache ich hier einfach noch einen hin und hier kommt Redstone äh Karzen so es ist sowas wie eine Abspiele halt ähm davon abgesehen dass ich das eigentlich zusammen machen wollte aber das kack ja und so und hier kommt dann einfach noch eine Wand hin ich weiß nicht hier wollte ich zwar eine Wand hin machen ne ja sorry dass der Server heute mega lag das ist äh hier ganz schön äh deprimiert ne ja auf jeden Fall ist es äh nicht so gut hier könnte ich jetzt so gesagt so einen kleinen Eingang machen oder auch nicht ja eigentlich wollte ich da hier so ein bisschen äh Wolle rein machen so dass das ein bisschen anders aussieht hier ja so hier ungefähr nein das wäre ja voll falsch ich habe voll den Ohrbaum von den Lied auf jeden Fall richtig äh ja also irgendwie äh scheint heute irgendwas hier kommen muss zu sein irgendwie heute alles weißt ja der Kühlschrank passt ja auch nicht hin irgendwie hat sich gerade der hier hier vorne hin gebackt und nun ja entweder habe ich da eins gedrückt oder es war mal wieder komplett automatisch wie heute irgendwie alles hier automatisch passiert in Minecraft lange ja wir sind jetzt schon bei äh krasse 17 Minuten und es packt einfach alles rum alter weil ich überleg manchmal so ob ich überhaupt das hochladen soll guck mal es lag ja alles wer will ein lagendes Video hochladen ja hier unten hinten mache ich vielleicht noch close dann hin so dann oder nee nee ich mach keinen close mach das hier weg geh weg ich setze das so hin äh alter Jungen mann nur wenn man ein bisschen was schnelles macht wir hätten ja ich werde jetzt zurückgepacken oh nee was für ein Zufall äh oh nee ist falsch so genau als ob alter was ist das für ein kack ich baue alter genau ja genau und jetzt ist ja kein Junge alter das Spiel will mich grad flicken Junge was läuft mit genau und jetzt probt die Wolle wieder auf was baue ich ja eigentlich gerade auf jeden Fall wollte ich das dann hier so hier machen kann man dann nach so hier und ich weiß zwar jetzt grad gar nicht mehr wie ich das bei meiner Testwelt habe aber wir machen jetzt einfach den kack hier so und dann hätten wir so ein scheiß Regal warte wir machen das so hier 2.000 Jahre später 2.000 Jahre später äh ja gut auf jeden Fall nach den 2.000 Jahren habe ich es endlich mal geschafft denn natürlich werden wir dann irgendwann in der nächsten Folge bauen weil wir sind jetzt schon bei fast 20 Minuten und ich will das Video irgendwann nochmal hier online stellen und das lädt dann halt wieder Millionen Jahre deswegen sehen wir uns einfach äh irgendwann wieder ja ja dann bis zum nächsten Mal haut da rein und ciao bis zum nächsten Mal